Er sagt zu ihr, ich möchte einen Cheeseburger und vielleicht auch einen Milchschick dazu. Sie sagt zu ihm, ich kann's dir nicht geben. Er sagt, ist das nicht Bürger gut? Das stimmt, aber jetzt ist geschlossen. Wir öffnen erst morgen um zehn. Er sagt, ich habe tierischen Hunger und ich glaub, ich bleib einfach hier stehen. Du bist ein Cheeseburger, sein leckerer Cheeseburger. Ja, das bist du, oh yeah, ja, das bist du. Du bist ein Cheeseburger, sein super Cheeseburger. Ja, das bist du. Und er, er liebt mich sehr.